recht herzlich willkommen zur 51 folge von towns ja da sind wir wieder im spiel und wir sind froh dass die happiness immer so schön steigt und wir schon 26 mitglieder haben 50 happiness das heißt es ist gleich schon wieder soweit machen wir hier noch mal drauf weiß ich jetzt nicht ob an oder aus ist irgendwie kann das auch nicht sehen ob es an oder aus ist aber ich denke mal wenn du draufklickst ist es sowieso nur an wir haben hier ganz viele fässer ganz viel nahrung vielleicht drin so viele happiness haben wir wahrscheinlich noch nie gehabt da stehen irgendwie noch drei dekokisten die sollte vielleicht mal kurz gucken hier bin ich wahrscheinlich im falschen bereich dass ich nichts sehe hier sollten wir mal schauen dass wir die unten hinkriegen hier ist jetzt alles zu genau da haben auch was abgebaut an steinen hier ist ja überall deko kann man ja noch irgendwo steine abbauen nein das wäre nur die dingenswand und hier unten da wollen wir mal sicherheitshalber nichts machen so wie sieht das hier aus da ist alles gut lassen wir so das heißt wir können schon diese etage gehen warte mal 12 es muss hier doch ja hier ist auch noch eine etage dazwischen immer noch gar nicht ausgegraben oder machen wir doch mal hier ein bisschen was weg oder hier müssen auch noch welche sein und deko kann man an der schatztruhe hinstellen das ist nicht die ist für drinnen und nicht für draußen die deko kiste so dann kommt die dahin die frau war gerade irgendwo netter lief gerade einer dann passt das ja da werden steine geklopft das ist auch gut machen wir hier schon schritt weiter wenn der da drauf kann dann können die darum ja lang das heißt wir können dort auch den stein hinsetzen brauchen wir das doch und die frage der kommt da kommt da ok dann machen wir normal dahin die reihe sollte dann auch gehen gut können die weiter arbeiten machen sie auch schön dann können wir diese zeile auch ziehen wenn es in der zeile ist ne gut ok steinbau geht weiter wie sieht es mit dem holzbau aus da wird auch kräftig gearbeitet das ist auch gut was macht die happiness ist jetzt allerdings gefallen aber ist nicht schlimm ich denke wir kommen schon voran da essen ist gut was macht das brot insgesamt gucken wir gerade rein sind fünf da jetzt nur noch vier aber äpfel und bieren sind on must da hier wird sogar was verbrannt habe ich gerade gesehen das ist auch super es wird auch noch eingelagert ich glaube in den fässern vergammelt das dann nicht so schnell oder da wollen wir hoffen ein lager apfel ist das bestimmt da fehlt es was da wäre schön wenn ich weiß dass da auch welche eingeladet werden ok hier fehlt es überhaupt noch muss man da noch was managen kann da sein nö ich meine werden die auch alle gemanagt schon aber rein gucken schalt ja nix ne so da ist ok der auftrag wird auch weiter ausgeführt alles prima jetzt gucken wir gerade nach unseren baumaßnahmen im keller da passiert noch nix da geht ein held rund ne da isst du weiter was der hält aber jetzt holen sie von hier oben die äpfel happiness ist 43 hier wollten wir irgendwie licht noch haben ne das ist auch noch nicht passiert oder ich glaube hat man hier nicht schon so kerzen dinge reingemacht komisch ein händler kommt hm das ist jetzt komisch mach die jetzt mal dahin 1 2 3 1 2 3 ja da müsste sie leuchten dann machen wir sie dahin da eine hin und da kommt auch noch eine hin dann müsste es hell erleuchtet sein hier oben so jetzt ist der händler da glaubt er hat knochenklamotten mit oder genau so ist es ja und haben wir da von uns nix das ist ganz schlecht da haben wir gerade mal 650 um was zu kaufen ja damit einer ausgerüstet ist kaum mal ein knochenschwert oder das geht dann nicht mehr das eine geht und fertig dann kann er gleich wieder fahren gut das schwert müsste sich einer holen mal hoffen dass es auch so passiert da fährt er weg mit seinem dreirad oder wird auch immer erst oder zweirad hier unten fehlt es an licht da müsste jetzt eine kerze eigentlich im lager stehen machen wir da hin ah shift hast du nicht gerückt ne und dann machen wir die daneben das geht schon so aha die falsche taste erwischt so dann kommen da auch drei die holen sich jetzt was zu essen hier raus kann das sein frage ob die stelle gut war das hier hin zu machen jetzt laufen die zum essen holen nämlich hier hin ok der ist jetzt durchgelaufen alles prima jetzt haben wir hier schon eine vierte dann hat der die produziert und kann die da nicht runter bringen oder wie sehe ich das komisch 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 hier baut auch keiner was ab ist da irgendwas falsch gelaufen die spiele sind pause und angriff haben oder was ne ist doch nicht in pause sieht hier nur so mager aus ne hier oben laufen schon alle dreck ist genug abgebaut das macht die happiness 41 könnte besser sein die reihe mit dem holz ist fertig dann würde ich sagen machen wir sofort noch eine dahin dann haben wir was zu tun ne holz wird schon ins lager gelegt das ist auch gut und dann holt der nächste sich das schon um da oben was zu bauen wunderbar ja so ein gehege für die tiere wäre auch nicht schlecht und dann noch ein paar fleischsachen kriegen hier fehlt immer noch ein purpurner stuhl das schwert nimmt sich auch keiner dann wollen wir das mal gerade einmal anklicken hier oben ist auch noch jemand warte mal ich gehe erstmal nach der diese seite schauen diese person hat auch noch nichts die hier oben dann sollte er sich mal das schwert holen dann passiert auch schon gut mindestens ordentlich zuhauen ja und hier passiert auch nichts irgendwie ne was ist da jetzt los Rüstung was ist mit unseren Rüstungen los wir werden auch nicht weniger gerade machen wir alles auf null kann ich sie dann runter setzen nö gehen auch gar nicht auf null geordert ist geordert oder wie sehe ich das komisch happiness geht jetzt auf jeden fall hoch die schuhe will ich nicht haben weil dann die vögel alle sterben das finde ich doof die sind dann zwar alle schneller das kann sein aber ich bin tierlieb 48 wunderbar da wird auch schon wieder ein Schweinchen geholt und geschlachtet dann essen die auch das Schweinefleisch gucke ich mir gerade an das Schwein wird eingelagert wird aber rausgenommen und gleich weiterverarbeitet und auch gekocht gut Nahrungsproduktion läuft und der hat sich das gleich geholt und ist das jetzt oder was jetzt weiß ich nicht woher eingelaufen ist ist auch egal wieder 50 wir machen hier unsere räumlichkeiten das wird schon zu und unser Held hat bald auch ein neues Schlafzimmer oder unsere Heldin ja die laufen hier irgendwo schon immer im Kleiderschrank ne ja aber eigentlich ist hier oben vorne doch ein Aufgang oh wieder zwei dazu bekommen cool die sollen sich mal was anziehen ja gut wieder zwei da und das heißt für mich wir können schon wieder eine Reihe mehr machen und ach komm passt dann ist das auch schon zu geht auch flott wir haben ja jetzt auch reichlich Leute aber was mir Sorgen macht ist hier die Produktion von sag schon äh was brauchen wir denn da Smelter haben wir doch hier oder die haben wir ITE Smithy passt Kupfer und Goblinit Kupfer liegt hier oben und Goblinit haben wir in dem Lager unten ne haben wir nicht oder Goblinit Goblinit nicht Goblinit Goblinit ist auch da also sollte das nicht die Schwierigkeit sein genauso wie hier abbauen eigentlich auch nicht so schwer sein sollte aber sie sind gerade nicht in der Lage das zu tun ich bin jetzt schon wieder auf 43 wir brauchen mal 56 diesmal Steine sind rar kann sein dass wir keine mehr haben hier unten liegen aber noch welche ja ich glaube wir können hier mal gerade noch das war der falsche oder ne eigentlich ist es der richtige dann muss ich es hier machen da muss ich es machen auch weg da ist auch schon ein Steinvorkommen relativ hoch so da kommen sie alle sind ja 28 wenn die alle 28 jetzt hier arbeiten dann geht das ja ratzfatz ne tun sie aber nicht aber klappt schon alles ach so ich höre sie nicht mehr weil ich nicht mehr in der Ebene bin läuft aber gut wunderbar dann haben wir den Bergabbau hier das Zimmer wird weitergemacht zu diese Räumlichkeiten werden auch zugemacht das ist schon mal ein guter Schritt voran aber für die Folge denke ich soll es wieder genug sein ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss